Ich hoffe, die Splits sind richtig gesetzt. Yo, Purple. Dankeschön, Dankeschön. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das wird ein PB. Ich spüre das. Ich spüre das. Oh, hast du die PB verpasst? Ja, der Run war godlike, wirklich. Also, besser werde ich nicht spielen mit current strats. Das war echt alles, was geht. Wird Weltrekord? Naja, das vielleicht jetzt nicht, aber... Ach, shit. Ich hasse diesen Trick. Ich kriege ihn nicht hin. Beziehungsweise nicht konsistent genug. Oh. Aber All Hearts ist so eine Kategorie, die spielen auch ziemlich viele. Dachte ich mir... Kann ich doch einfach mal mitmachen. Oh. Äh, ne, das Fake Heart ist auch schon gar nicht mehr Teil des All Hearts Runs. Äh, im Grunde ist es ein abgespecktes All Chapter, wenn du so willst. Also, du sammelst wirklich nur die Herzen ein aus den A-Sides und die Kassetten. Und dann wechselst du auf die B-Sides und spielst es da zu Ende. Und Farewell ist komplett draußen. Ah, shit. Farewell kommt hier gar nicht vor. So, zack, Kassette. Und jetzt machen wir 1 B. Für das nächste Hard. Setzt natürlich voraus, dass ich noch weiß, wie man die B-Sides spielt, ne? Ist schon eine Weile her. So stark abgebaut, dass du nach dem dritten Tod keine Lust mehr hast. Bruh. Du musst einfach mehr spielen, dann geht das auch. Dadurch kommt ja die Consistency erst. Oh Gott, nee, das war auch nichts. Ah, da ist es. Ja. Das ist ja das, was wir recht oft sagen. Du musst halt echt jeden kleinen Erfolg bei dir loben. Hauptsache, es geht vorwärts. Das muss ja nicht in großen Schritten sein. Und dann... Oh. Nee, nicht so. Dann bleibt die Motivation auch. Oh, nice. Fast, Red. Und dann verkack ich die so. Yo, was ist da los? Ja, okay. Ich lasse es. Aber da sieht man... Ich bin besser geworden. Einfach, weil ich das... Im Grunde zweimal geschafft habe. Ich sag mal zweimal. Boah. Okay. Du so viel Zeit investieren kannst, wie vor einem halben Jahr. Was spricht dagegen? Ich kann schon mal dragen. Yo, mein screw. Oh. Knapp. Ehm... Goddammit. Geht doch. Okay, das war ein ziemlich nicer Last Screen. Wir lieben dich auch, Screw. Freunde und Uni verlangen viel Zeit ab. Ah, okay. Zwar gerne investierst, aber trotzdem hat der Tag nur 24 Stunden. Das stimmt. Das stimmt. 14 Tore, holy crap. Ja, irgendwo muss man Prioritäten setzen, da hast du recht. Aber du kannst ja auch in der Uni spielen. Oh, äh, wir brauchen das Herz. Ich glaube, ich habe mindestens zwei oder drei Spiele in der Uni durchgespielt. Oh Gott. Ja doch. Sobald Präsenz wieder losgeht, auf jeden Fall. Naja, es ist halt die Frage, wann das sein wird, ne? Sie können sich noch eine Weile ziehen. Oh. Aha. Interessanter Tod. Lustigerweise mein Epic, dass mein Laptop Celeste nicht packt. What? Du grindst auf City bis Sub 1. Okay, das ist auch ziemlich krass, wenn du das machst. Wenn du City bis Sub 1 gegrindet hast, dann kannst du den Rest des Spiels locker... ...in einem Viertelmonat bis auf meine Zeit grinden. ...und dann. City Sub 1 ist schon echt... ...wow. Ist schon echt fett. Nein, shit. So sollte das aussehen. Yo. Hey Stone, thanks for the good luck. This is gonna PB, I guarantee it. Oh well. Yo, moin toga. Oh, nope. All Hearts, warum? Ehrlich gesagt, weil ich keine bessere Idee hab, was ich sonst machen könnte. Moment, ich lese den Rest des Chats gleich. Okay, one try. Okay, ne. Gut nix. Ich lass es. Better safe than sorry. Let's see. Ah, nope. Ach, komm schon. Das ist echt bad. Das ist alles DRUST. Ich mach mir gerade überhaupt keine Sorgen bei dem Run. All Seasides ist heftig. Hast du die Kategorie schon mal gespielt? All Seasides? Ja. All Hearts? Nein. Deswegen ist das PB ja free. So many Gold Splits. Two or two? Holy crap. Nein. Jedenfalls noch nicht. Du hast es auch verstanden mit dem Funny Job. Ja, darum ging's. Yo, gönn dir. Okay. 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 Achso. Und moin Tommy. Ich glaub ich hab gar nicht hallo gesagt. Oh shit. Oh shit. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Okay. 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 Let's go. Okay. Two ohr. Two ohr. Two ohr. We'll go. It's fine. Yeah. Ja, also das werden insgesamt sehr, sehr average chapter, denke ich Nicht ganz so high class wie gestern Schade Okay, keine ahnung wo die wall jumps gerade abgeblieben sind Halt nicht überhaupt hier lang Wir brauchen nämlich das Herz Also gehen wir hier lang Okay Der Raum ist weird, wenn man nicht mit der altbekannten Strat reingeht Oh, das Herz Yo, Prof Was meinst du mit Urlaub? An Add, I'm sorry I'm gonna join the Marines, what Is that an Add you get? Really? Do you really get an Add for joining the Marines? Holy crap Unthinkable in Germany I guess nobody here would like to see ads for the Marines or any other military thing really Echt, ja Echt, ja Ich hab noch nie Bundeswehr-Werbung gesehen Ganz wegen dem Wetter kein Deutsch They have ads for you to join the different branches of the military Why though I mean Obviously Obviously if they can Oh This was not the jump I wanted to do Obviously if they have enough money to advertise they can probably feed you, but for how long? Oh Damn it I cannot think Because I just thought about How big the paycheck for military is in America Come on Because I know in Germany it's decent But for me it would be enough to basically sell myself like that Wait I always get ads from kinda weird TV series Damn it Death cycle I don't know how to play death cycle Apparently I do Oh Okay I was too greedy Oh I was too greedy Ok We are Quite these The 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 Oh. Hmm. No. Come on. Bad. Du hast noch keine weirde Werbung gesehen, wenn du nicht auf Amazon Prime diese Bibi und Tina Serie gesehen hast. Habe ich nicht. Will ich das wirklich? Rich, fast, hard or unfollow? Ich meine, ich kann das fast, hard machen, aber fast wird also nicht wirklich. Ich müsste das erstmal wieder üben. Die Muscle Memory ist da nicht drin. Oh, what? Weird. Toxie followed me. What? Ich brauche die Seeded gar nicht. Ich wollte die gerade fast einsammeln. Okay. 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 So, fast hard willst du sehen, ja? Äh, ich probier's mal. Ich kann ja für nichts garantieren. Oh, ne, warte mal. Wie war das? Gott. Oh, ne, ich weiß nicht mal mehr, wie man das genau macht. Ne, vergiss das. Ne, vergiss das. Das wird nix. Ja, ja, ist glaube ich auch der falsche Winkel. Aber ich habe echt keinen Plan mehr. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist bestimmt ein halbes Jahr her, wenn das mal reicht. Aber hey, für den Fall, dass ich das lerne, gibt es free time save. Du kannst es konsisten, Wood. Drew. Oh Gott. Dafür kann ich den hier nicht mehr. Den habe ich jetzt durch Mirrold verlernt. Wow. Habe ich das echt. Ja, der Screen Mirrold war richtig mies. Okay, wir müssen erstmal wieder klarkommen hier auf dieses Chapter. Ja, die letzte Plattform immer. Ging mir genauso. Aha. Witzig. High-Level-Gameplay, right here. Okay. 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 Wiv. Okay. I should have. Okay. Okay. Cool. All right. Okay. Okay. Das ging doch gut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist so lange her. Ah, ich hasse es. Wait, naja, ich lasse es. Ich mache lieber keine Fast Threads, die ich nicht kenne. Das sieht besser aus. Naja, naja. Something, I guess. Oh, gosh. Äh, okay. Okay. Okay, I take this. Äh, okay, ja, nee. Wollte gerade die Fast Thread probieren, aber... Die ist tatsächlich... Oh, die Stelle, Mirrod, war genauso eklig. No! Wo ist der Fehler Ah, da war's Okay Das müssen drei ganz bewusste Inputs sein Talking about Inputs Okay, sub 5 I guess It's something Okay, hier würde ich eigentlich auch ganz gerne Die Faststrap für das Hardlern Die kann ich nämlich auch nicht Ah, okay Ich wollte mal den Reverse Wave Dash probieren Aber den muss ich auch noch üben Ist auch mal wieder ganz schön Run zu haben Wo man nicht die ganze Zeit Super Tryharden muss Ich Tryharde gerne Aber das muss ja nicht immer sein Und dann ja was was wenn ich jetzt sage sie waren meine drei hart sagt ja nicht dass ich dass ich tatsächlich auch super leistung bringe sagt nur dass ich versuche halt den schlüssel den schlüssel komm schon wir wissen jetzt was an dir lag traurigerweise ja das macht auf irgendeine art da gibt es sinn du warst halt immer mein großes idol und wenn du da warst dann konnte ich mich nicht konzentrieren weil ich immer dich beeindrucken wollte ja 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 Ah, ne, das freu ich mich nicht. Ich hab hier gesehen, dass man einen Ultradash machen kann, aber das lass ich jetzt mal. Tempel B, der alte Bekannte. Bubstrop, here I come. Nice. Ah, ich trau mich nicht Gott, ich bin zu doof, um Fast Bubble machen zu können So du, Fast Bubble, kennst du die Tag? Die ist ziemlich neu Bin noch nicht ganz dran gewöhnt Ich habe gehört, dass so eine Tag, die ist Top 100 exklusiv Äh, die solltest du schon bekommen haben, Zeuge Ich habe die Quote ordnungsgemäß rejected Da wollte ich zu viel Da auch Das ist deine 23k Kannst gern ein paar Punkte für die Community Challenges raushauen Oh, shit Oh, shit Oh, nee, das wäre fast schief gegangen. What? Ich wusste nicht mal, dass man da sterben kann. That never happened before. Okay. Geht auf Mobile nicht. Please. Schön Luft nach oben lassen. Ja. Genau das war der Plan, Purple. Mensch. Jetzt hast du mich aber durchschaut. Okay. Oh, nee, der Run ist quasi dead. Okay. Ich bin selber nicht sicher, was ich da gerade gemacht habe, aber Sub-4-Hype? Detektiv Ganon. Aber wie ist eure ehrliche Meinung zu der Serie? Ich habe die als Kind super gern geguckt. Und so als Teenager, irgendwann mit 16, 17, 18 um die Drehe, dachte ich mir, okay, du hast das Internet zur Verfügung. Jetzt guckst du einfach mal komplett Detektiv Conon von vorne bis hinten durch. Länger als 40 Folgen habe ich es nicht ausgehalten. Oh ja, die Melodie ist geil, das stimmt. Du meinst die am Ende der Folge, ne? Dieses Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du BB, absolutly. I mean, really only the ending, screen and maybe the beginning are the important parts. Not even the beginning. The ending is the most important part. If the mods can see that you haven't any mod or assist mod or something, it should be good enough to submit. Oh, okay. Kann sein, dass ich die ewig nicht mehr gehört hab. Äh, ich find auch die von Jin geil, das Jin-Theme. So. Jetzt brauche ich kurz den Hardcode. Den habe ich aber da. Noch nicht offen gehabt. Oder gibt es da Probleme der Gamer? Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube bei Soundtracks sind die nicht so. Ich habe nämlich ab und zu YouTube Runs oder IEL Runs offline gemacht und Musik nebenbei laufen lassen habt. Und wenn wirklich Musik von irgendeiner Band lief, dann wurde es immer direkt erkannt. Aber Soundtracks, da haben die noch nie was gesagt. So. Lass mich kurz das hart holen und dann kannst du den Link ja mal reinschmeißen. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hoch. Nice. Ah ja. Okay, das stimmt. Ja. Das ist dein Jam. Da kann ich absolut mitfühlen. Da kann ich absolut mitfühlen. Achso. Oh Gott. Reflection B-Side. Achso. Ja, ich meine, man könnte es sich fast schon mal wieder angucken. Ich fand es bei Detektiv Conan immer schade, dass man nicht wirklich miträtseln konnte. Es wurde halt immer alles geheim gehalten. Am Ende kam die große Enthüllung, wer es war. Aber du hast nie auch nur ansatzweise mitbekommen, wer es sein könnte. Das fand ich immer sehr schade. Deswegen hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Oh. Ich fände es viel geiler, wenn man immer mal wieder Hinweise gehabt hätte, wer es war oder wie es gemacht wurde. Oh ja. Die RT2 One Piece Intros sind auch mega geil. Das stimmt. Die höre ich mir tatsächlich immer noch an. Die sind irgendwo in meiner Playlist-Programm. Okay. Oh Gott. Der Screen mirrored. In this mirrored. Oh, der Horror. Hallo? Sorry, wie die sich entwickelt. Ist die Serie nicht zu Ende? Ich meine, ich weiß, wie sie ausgeht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auch nur am Rande gehört. Aber es war ein ziemlich krasses Ende. Ja, bei Conan. Oh. Da läuft es sich, die 900 Folgen nochmal zu schauen. Brew, 900 Folgen? Das ist ja fast so viel wie One Piece. Oder ist das so viel wie One Piece? Ich weiß gar nicht, bei welchen Folgen wir aktuell sind. Ich glaube, One Piece hat 920 oder so jetzt. Gott, wie Rusty ich bin. Was 6P angeht. Okay, Demo Time. Not Demo Time. Demo Time. Not Demo Time. Demo Time. Not Demo Time. Ich lasse es. Okay, da habe ich mich sterben sehen, aus irgendeinem Grund. Come on, ich habe schon gefühlt seit 20 Jahren. Wahrscheinlich nicht gefühlt seit 20 Jahren. Wahrscheinlich auch schon echt 20 Jahre. Ich meine, wenn wir das als Kinder geguckt haben, dann kannst du davon ausgehen, dass es in Japan bestimmt 2 bis 5 Jahre früher rauskam. Puh, das hat nicht getroffen. Das hat nicht getroffen. Puh, das hat nicht getroffen. Puh. Das hat nicht getroffen. Ich bin gerne mit Fixport Curtis. Ich bin bei Max Grappa, aber nichtよ. Geht. Das ist das. aktuell überhaupt lohnenswert ist. Ich habe die Zeiten nicht im Kopf. Für fünf Synchronsprecher hier hört sich gleich an. Ja, schon so ein bisschen. Es gibt halt ein paar richtig gute Synchronsprecher im Deutschen und anscheinend sind die so gut, dass jeder die haben will und die auch einfach alles machen. Oh, ich muss springen, ich muss springen. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich Animes oder nicht mal zwingend Animes auch. Das habe ich letztens geguckt. Eine alte Serie von 2000 irgendwas. 2001 oder so. Und du hörst trotzdem immer die gleichen Synchronsprecher. Ah, schade. Das ist wirklich, jetzt gäbe es nur fünf Sechsters. Aber ich meine, die sind gut, so ist nicht. Mein Lieblings-Synchronsprecher ist immer noch Martin Kester. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Martin Kester spricht oder ist die, ist die deutsche Stimme von Nicolas Cage und Vin Diesel. Und der hat auch bei diversen Videospielen gesprochen. Zum Beispiel, wow, warum konnte ich nicht springen? What? What the hell? Ich bin der Meinung, ich habe springen gedrückt. Okay. Hart. Die Werbung von Praktiker ist, glaube ich, von wem anders. Von dem Typen, der Bruce Willis spricht. Wo ich jetzt nicht den Namen parat habe. Weird safe, I guess. Oder ist das wirklich der... Ne, das ist nicht der gleiche. Die klingen, glaube ich, ähnlich, aber nicht ganz. Du kannst ja mal kurz googeln. Oder warte, ich kann auch gleich googeln. Holy Crap, Sub-8. Ja, die haben eine ähnliche Stimme. Das stimmt. Edwin Diesel und Bruce Willis sind zwei verschiedene Leute. Moment. Das ist ja egal für einen deutschen Synchronsprecher. Bruce Willis, deutsche, deutsche Stimme. Ist... Oh, der hat doch Gerard Depardieu gesprochen. Manfred Lehmann. Und, ja, Nicolas Cage. Ist halt Martin Kessler. Die müssen auch mega Schotter verdienen. Achso, ja. Vin Diesel und Bruce Willis sind zwei verschiedene Leute. Das stimmt. Ich habe ja auch Vin Diesel und Nicolas Cage gesagt. Und dann meintest du ja, dass der von Praktika, die Praktika-Werbung von dem gesprochen wurde. Und dann meinte ich, nee, das hat wahrscheinlich der von Bruce Willis gemacht. So waren die Aussagen und... Uh, Summit. Achso, du hast die zwei verwechselt. Okay. Ich hatte das gerade so verstanden, dass du meintest, dass ich die verwechselt habe. Ich habe tatsächlich mal überlegt, selber Synchronsprecher zu machen, weil ich das grundsätzlich ziemlich geil finde. Aber, dude, was du da alles können musst für... Wenn du das halbwegs professionell machen willst, dann musst du mindestens mal eine Schauspielausbildung nachweisen. Schweige denn Referenzprojekte und sowas alles. Also, der Einstieg da ist echt nicht ohne. Oh. By the way, ist das schon wieder ultra warm hier. Yo, Hydra. Thanks for the... Have fun. That's... Essentially, what... We're doing here right now. No pressure. First PB run. Just to see where it goes. And how it goes. Wait. Why do I get the berry? Why do I get the berry? What? What was the dash, though? Uh, nope. Okay, what is happening? Okay. Close. Uh, close. Hey. Oh. All right. Kann einer mal kurz nachschauen, was die Zeit von Superbasen für All Hearts ist? Kann einer mal kurz nachschauen. Denn ich könnte ja den guten Basti schlagen. Wahrscheinlich nicht mit dem Run, aber so in Zukunft. Weird. Oh, nope. Oh, that's what I wanted to do. Oh, okay. Okay, that worked. That didn't work. Wait. Wait. What? Okay. Whatever. Okay. 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 Das war's. What? Please. What the hell? Alright. Alright. The last gem. Here we go. Oh no. Please. I hate it when this happens. What? Come on. This can't be real. There we go. How did I miss that? Let's go. Okay. Okay. Saved that one. So. Hard time. And then. It's on to 7b. Okay. Alright. B side. B side. I hope I know how to do it. Not mirrored hype. Okay. 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 I'm forgetting a heart. Which heart do you mean? You're hot. Okay. Thank you. I take that gladly. Yo, Anton, na moin, wie war dein Stream, hast du noch LoL gespielt bis zum Schluss oder nochmal auf was anderes umgestiegen? Außerdem hallo an alle, die mit dem Raid gekommen sind, just a casual or hard speedrun hier. Heiß, haha, oh Celeste, nice, PB, Fragezeichen. Ah, not a strat. Ah, war so ein Pushen von Reflection, hast du denn da wenigstens ein PB gemacht? Ah, jein, okay, was heißt denn jein? Ah, okay. Okay, got it. Ah, come on. Ah ja, das lief nicht so gut. Ja, gut, wenn du gerade jetzt neue Strats gelernt hast, ist das aber klar. Kommt dann mit der Zeit alles. Okay, nice. Not too bad, not too bad. Oh, god. Yo, DK. Ach so. DK, ich verstehe. Okay. PB or PB and J. Alright. Ich tu dir den gefallen. Oh. Ich hab gestern, oh. Ich hab gestern ein fetten, fettes PB hingelegt und bin jetzt, wow. Offiziell Top 70 in Celeste. Was schon ziemlich krasses. Es kam auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Wow. Äh. Ich will von dir gecoacht werden, wie man goldet. Naja, du könntest zum Beispiel einfach Showcase machen, wie du das machst. Im Grunde ist ja golden einfach nur in Anführungsstrichen safe spielen. Man kann sich ja alle Zeit der Welt lassen. Wichtig wäre das in Chaptern wie 3a, wo es Cycle gibt, dass du halt ordentliche Tipps für die Cycles hast. Der Rest ist ja easy. Wenn du dir Zeit lassen kannst mit einem Raum, dann ist es ja kein Ding. Aber bei Cycles ist das immer so eine Sache mit dem Zeit lassen. Oh. Oh. Okay. Letzter Abschnitt. Auf geht's. Casual Strat. Weil ich die Fast Strat nicht mehr kann. Oh, what? Oh. 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 wenn du meine Meinung, a.k.a. persönliche Meinung hören willst, dann mega scheiße. Weißt du, ich sitze halt den ganzen Tag zu Hause, treffe mich mit so gut wie niemandem. Tja, und wegen Leuten, die sich nicht mal 2-3 Monate an irgendwelche Abstandsregeln halten können. Oder sich zumindest in gesunde Masse einschränken. Dann geht das Ganze noch ewig so weiter. Aber immerhin sind wir nicht so schlimm wie Amerika. Dazu brauche ich nicht mal auf die Zahlen gucken. Ah, kommt schon. That's real speed. Ja, die machen ihren eigenen Speedrun. Oh, komm schon. Die haben zu viel Plug-Ink gespielt, da drüben. Sind so süchtig geworden, dass ich das jetzt unbedingt mal in real life auszisten müssen. Sweet Home, Nordrhein-Westfalen. Wow. Warte, sind die hier genauso schlimm? Oder woher die Anspielung? Ich meine, mein Bild zu Nordrhein-Westfalen ist jetzt nicht das Beste. Oh, got it, but didn't get it. Oh, that's not how it works. Wo der Stammer im Kreis ist, I guess. Das Traugier ist, alle Bekanntschaften mit Leuten, die aus NRW sind, bestätigen dieses Bild. Monado-Parasit hat die Menschheit ausgelöscht. Gut für die Natur. Wir brauchen schon Menschen. Sub-10 Hype. Richtig schön Zeit lassen, damit man ordentlich pp'n kann beim nächsten Run. So ist der Plan. Wait, what? Moment, muss ich... Nein, oder? Are you... Okay, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich habe zu früh retried und muss nochmal das Summit spielen. Und das wäre jetzt... Das wäre es gewesen. Holy crap. Oh, okay. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen ein bisschen was ich wurde hier. Und das ist das wäre nicht gewesen der Ich hab extra den Ice Skip neu gelernt, zumindest der sollte sitzen, also der nicht Barry Ice Skip, sondern der normale Ice Skip, weil man das auch hier aus der Transition machen kann, aber das hab ich nicht geübt. Ja, achso warte mal, ich glaub ich bin nicht gedasht, ich bin immer nur gelaufen. Ja. Ja, laufen ist das Stichwort. Ja. 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 sie können ja eben wozu lernen der time safe ist echt nicht ehrlich gesagt es gibt der einzige grund warum wir heute kein art machen warum ich die berry geholt Ru Talking about ARP Weird flex Weird flex x2 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 x4 x2 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 x3 x3 x2 x2 What? Komm schon, Eis. Dann nehme ich halt die anderen, wenn der nicht will. Come on, I wanna win. Dude, wenn du mir zeigst, wie es geht, dann mache ich es. Im Sinne von, mach vor. Wait, geht das überhaupt? Sammeln die Berries sich nicht automatisch ein? Obwohl, ne, man kann ja, glaube ich, in jeder Transition springen. Könnte gehen. Wait, ich habe jetzt schon mal Dash verhauen? Dammit. Das war nicht der Plan. Nein! Dammit. Ah. Wait, ich habe ja noch beide Dashes. Goddammit, dieser Raum. No sub 5, you hate to see it. Honestly. Come on up geht, aber du bist zu bad im Bunnyhopping. Ja, alles Training, ne? Wenn du wirklich willst, dann kriegst du das hin. Ich glaube an dich. Wait a sec. Ja, ne, fast. Das habe ich nie gelernt. Äh, hallo? Achso, jawohl. Ey, wenn ich richtig gut bin, könnte ich Jerky noch schlagen. What? Aber das setzt voraus, dass Core BiHabik sitzt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Okay. Der erste waren wir schon mal gut. Ah. Oh, komm schon. One Heart missed. Von welchen redest du? Von welchen redest du? Deins. Okay, was muss ich tun? Damit ich das auch noch kriege. Damit ich das auch noch kriege. Ah Gott, ich weiß die Strattie nicht mehr. Ah, ungefähr so. Nice. Wann geht's zu AGTQ? Äh, tatsächlich hatte ich mich für ESA beworben, was der kleine europäische Bruder von AGTQ ist. Oder von GDQ in general. Aber in letzter Minute kam fucking TGH um die Ecke und hat sich auch noch beworben. Ansonsten wäre ich drin gewesen. Ähm, ich habe tatsächlich vor, mich jetzt demnächst in Marathons zu bewerben. Bei GDQ bewerben sich halt meistens die Top-Top-Runner. Aber in den etwas kleineren Marathons hätte ich durchaus die Chance reinzukommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, damn it. Oh, damn it. Capture on. Wait. What are you talking about, Shadow? What are you talking about, Shadow? Okay, we are safe. Wrong, shit. I guess. Ah, I'm not quite sure. Ich könnte auf die, was muss ich tun, um dein Herz zu bekommen, Sache sein. Aber hey, wir reden hier nicht vom metaphorischen Herz, ne? Oh. Oh. Oh, wait. What? Was war hier die... Was war die Strat? Was war die Strat? Reinkommen. Ah, genau. So war das. Nein! Ah, Gott. Hier die Golden. Das war... Fun. Wait. Achso, ne. Ich glaube, ich laufe einfach nur. Weil ich nur springe und dashe. Yes. So ungefähr. Nooo. Dammit. Not a Strat. Die beiden Räume sind echt die schlimmsten im Gems. Ja, das war's, der Psycho. Oh crap, oh crap. Nein. Nice, der safe. Der safe, though. What? Your English is better than your German. Ooh, ooh, not a strat. Okay, dann hier noch die fast strat. Nope. Nope. Komm schon, so close. Zu langsam, aus irgendeinem Grund. Jetzt haben wir's. Und ich schnapp da oben. What? Oke. I don't know. I don't know. I don't know. That way. Okay, sub 8. Wait for the Jevil there, what? What do you mean? Ah damn, Melenbus war so gut, dass du an den Stachen gestorben bist. War er dann gut, though? Okay, Seasides, here we go. Okay. 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 Nice. What are you guys talking about? Badelin boost is hyper into bunnyhop, das stimmt. Hyper into ultra is aber nicht Badelin. Which ad should run on your stream if you could get some companies? Actually, hard question. Spree quell. Because the bottle is actually nice. Apart from that, I'm not leaving sure. Okay. Okay, ne, ich lass es. Das ist die Fast Strat, aber ich kann sie nicht. Okay, whatever. Let's do slow strats. Okay. Malt. Macht er überhaupt Werbung? Macht es Sinn für den Outdoor Werbung zu machen? Du followst zu vielen Streamern? Ja. Last following kenne ich Shadow und 5 davon mindestens streamen gleichzeitig Celeste. Wem also folgen? Wait. Ah, Johannes nochmal. Ah, das war das. Zu langsam. Okay, that worked. Nice. That didn't work. Not nice. Dammit. Okay. Okay, that worked. Nice. That didn't work. Not nice. Dammit. Close call. Ja, scheiß auf Sub-30. Wer braucht das schon? Ja. Okay. Ich wille zu. Ich werde, von ihm, schwach das mit. Ich wille. Oh nein! Ja, ich wille. Uh, der später... wäre das mit. Okay, sicher. So many Leute so können. Ich bin fertig. Wissen, ich wäre nicht. Ja, ich würde es noch nicht. Nice. You are a pro runner, now you should aim for the level leaderboard. I am. I actually am. But not for the seasides. Not yet. Yo, actually first try. Actually first try, fast strat. Nice. Okay, die seasides sitzen noch. Sup, 30 Hype? Ich kann dich ja nicht jedes Mal enttäuschen. Oh Gott, Reflection. Fast strat oder nicht fast strat? Das ist hier die Frage. Oh Gott. Uh, what? Ich habe 4 rooms. Ah, komm schon Ah, es war ein bisschen früh Ah, komm schon Okay, jetzt something Nice Nur den Fassteil hier kann ich nicht Ich glaube, dadurch, dass das Zweiter oder dritter Anlock war, war das auch nicht Welfe, aber Zu viel O-Wund QWQ Ist okay Okay, Summit C, auf geht's Oh, what Okay, warum ist das der schwerste Raum Ich check's nicht Okay, geht doch Schneller als letztes Mal, immerhin Okay Easy Du darfst alle Sea Goldens nochmal machen Und auf Summit freust du mich Äh, Sea ist doch easy Seasides Goldens sind eigentlich free Weil die meisten Räume musst du sowieso First Try schaffen Okay Wenn ich das jetzt Wenn ich Core jetzt innerhalb von 4 Minuten schaffe Dann hab ich Jerky geschlagen Let's see Warum nochmal? Weil Jerky heute Ein 1,25 All Hearts hatte Achso, warum Shadow alles nochmal machen muss Ah, okay Goddammit 4 Blocks Actually hard 4 Blocks, please Okay, 3 Minuten für den letzten Raum Auf geht's Ah, fast Okay, ich hab keine Ahnung wie das geht Let's do casual strats Nooo Komm schon Komm schon Okay Okay, warum klappt das jetzt nicht mehr Ah, komm schon Gut Super casual strats Auf geht's Super casual strats 不是 aller Shoot Ich rieche Geid Ich rieche Ich rieche Das ist Wie Ew Ich rieche Wl Ich rieche Wlar Ich rieche 1,24, nice. That's something. Okay, let's verify.